Hallo Leute und willkommen zu meinem Review vom geflochtenen Solo Loop für die Apple Watch. Ein neues Armband, das ich seit einigen Wochen nutze und ich werde euch in diesem Video aus meiner Erfahrung berichten. Ich werde euch alles erzählen, was ihr darüber wissen müsst und wie zufrieden ich bin. Im September 2020 hat Apple gemeinsam mit der Apple Watch Series 6 und SE drei neue Armbänder vorgestellt. Zum einen mal das normale Solo Loop, das so ähnlich ist wie das normale Sportarmband. Dann eben das geflochtene Solo Loop, um das es in diesem Video geht und das Lederarmband mit Endstück. Das Besondere an diesen Solo Loops ist, dass sie keinen Verschluss an der Unterseite besitzen. Das ist also ein durchgehendes Armband, das einfach so direkt über die Hand gezogen wird. Wir haben bei beiden Solo Loops ein dehnbares Material und das macht es schon zu einem praktischen Armband, muss ich sagen. Das normale Solo Loop gibt es in verschiedenen Farben, so wie auch das normale Sportarmband und kostet auch wie das normale Sportarmband 49 Euro. Das geflochtene Solo Loop kostet dann tatsächlich rund doppelt so viel und das gibt es in fünf verschiedenen Farben. In diesem Video seht ihr die Farbe Kohlegrau. Das heißt, das normale Solo Loop liegt preislich auf einer Ebene mit dem Sportarmband, dem Sportloop oder auch den Nike Sportarmbändern und das geflochtene liegt dann preislich auf einer Ebene mit dem Lederarmband oder dem Milanesearmband. Diejenigen unter euch, die eine Series 3 oder älter besitzen und sich so ein Solo Loop kaufen wollen, sollten beachten, Apple gibt hier an, dass beide Solo Loops nur mit Series 4 oder neuer kompatibel sind. Das darf man aber auch nicht falsch verstehen, benutzen kann man sie nämlich. Nur geht es darum, dass dieser Größenguide, den man hier auf der Website findet, nur für Series 4 oder neuer gedacht ist, denn die besitzen ja eine etwas andere Gehäuseform als Series 3 oder älter. Und es ist so, dass der Rand von diesen Metallstücken an den Seiten leicht an der Kante einer Series 3 oder älter herausschaut. Ungefähr in diesem Bereich, den ich euch hier markiert habe. Ansonsten lässt sich aber so ein Solo Loop auch ganz normal bei einer Series 3 oder älter anbringen. Nur sollte man dann vielleicht in einen Store gehen und dort die Armbänder anprobieren, denn dieser Größenguide, den ich euch gleich zeigen werde, der passt dann nicht perfekt zu einer Series 3 oder älter. Was ich euch nämlich noch nicht gesagt habe, ist, dass man hier eine bestimmte Größe für sich finden muss, denn das Armband besitzt eben keinen Verschluss, um das irgendwie zu verstellen. Bei der 40mm-Version gibt es die Größen 1 bis 9 und bei 44mm die Größen 4 bis 12. Und hier oben könnt ihr auf Armbandgröße messen klicken und könnt dann so einen Vordruck laden, sofern ihr einen Drucker besitzt. Das ist dann nämlich sehr praktisch, denn danach bekommt ihr so ein PDF-Dokument, das müsst ihr ausdrucken, achtet darauf, dass ihr beim Drucken die Größe hier auf 100% setzt und dann sollte das eben so aussehen. Und da könnt ihr dann unten eine Kreditkarte oder einen Ausweis ablegen, denn die haben ja so eine standardisierte Größe immer, und so feststellen, ob ihr das Ganze auch wirklich in der korrekten Größe ausgedruckt habt. Weiter oben habt ihr eine ausführliche Anleitung und müsst zuerst mal diesen Streifen auf der rechten Seite ausschneiden. Und das sieht dann so aus. Da müsst ihr dann die Seite mit den zwei Pfeilen oben auf euer Handgelenk legen und dann die Seite mit den Größen eben genau drauflegen. Entweder trifft man dann relativ genau eine bestimmte Größe oder man ist zwischen zwei Größen. Was ich jedenfalls gemacht habe, ist, dass ich das relativ eng angelegt habe. Also ich habe wirklich den korrekten Umfang meines Handgelenkes genommen. Und in meinem Fall liegt es auf einer Linie. In dem Fall steht auch hier geschrieben, nimmt man lieber die kleinere Zahl. Und die passt bei mir auch perfekt. Solltet ihr aber nicht die Möglichkeit haben, so etwas auszudrucken, habt ihr hier im Tab Alltagsgegenstände noch zwei weitere Möglichkeiten. Ihr könnt den Umfang eures Handgelenkes abmessen und dann hier eingeben. Oder wenn das auch nicht möglich ist, habt ihr noch eine weitere Möglichkeit mit einer ausführlichen Anleitung. Wenn ihr aber auf den blauen Button unten tippt, könnt ihr eben die Maße eures Handgelenkes hier eingeben und bekommt auch eine Größe empfohlen. Ich empfehle aber hier auch korrekt zu messen, denn ihr seht, wenn ich bereits einen Zentimeter mehr eingebe, dann wird mir auch schon eine größere Größe empfohlen. Der beste Weg ist natürlich immer noch in einen Store zu gehen, wo einem alle Größen zur Verfügung stehen und dann dort wirklich die korrekte Größe für einen zu finden. Das ist aber natürlich aufgrund der aktuellen Situation nicht so leicht möglich. Aber sobald das wieder möglich ist, wäre im Zweifel das dann natürlich die beste Option. Jemand war auch so nett und hat mir sein geflochtenes Solo-Loop für dieses Video geborgt, nämlich in der Größe 5. Ich habe ja die Größe 6. Und da habe ich mir gedacht, wäre es doch interessant zu wissen, wie groß ist der Unterschied zwischen diesen zwei benachbarten Größen. Ich habe das mal nachgemessen und wir sehen, so rund einen halben Zentimeter Unterschied gibt es eben zwischen diesen zwei Größen. Vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen bei der Entscheidung. Die Passform von der Größe, die ich hier für mich gefunden habe, würde ich als sehr gut bezeichnen. Ich bin wirklich zufrieden damit. Es ist so, wie ich es mir gewünscht hatte. Das heißt, es liegt nicht zu eng an. So eine, sagen wir mal, leichte Lockerheit ist da, aber es umfasst trotzdem noch gut mein Handgelenk, ohne dass es unangenehm festdrückt, ohne dass ich es die ganze Zeit so deutlich spüre, sozusagen. Kann natürlich sein, dass ich auch Glück habe, dass diese Größe mir wirklich so perfekt passt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung aussieht, sofern ihr ein Sololoop besitzt, vor allem eben was die Wahl der Größe und die Passform angeht. Was man auf jeden Fall auch wissen sollte, in so einem Support-Dokument zum Tragen der Apple Watch gibt Apple an, dass das Sololoop im Laufe der Zeit auch länger werden kann. Zahlreiche Erfahrungsberichte zeigen, dass das vor allem auf das normale Sololoop zutrifft. Beim geflochtenen Sololoop habe ich die Erfahrung gemacht, dass es am Anfang doch eine Spur enger war nach ein bis zwei Tagen, hat sich das leicht gelockert, aber wirklich nur sehr leicht, hat sich das so ein bisschen angepasst ans Handgelenk. Das war bei mir aber eben nur am Anfang so, seitdem sind jetzt schon viele Wochen vergangen, seitdem hat sich da auch nichts mehr dran geändert, so zumindest meine Erfahrung. Neben all dem muss ich natürlich auch die Verarbeitungsqualität ansprechen und die ist, wie man es von Apple Zubehör gewohnt ist, ausgezeichnet und wie man es vor allem auch von anderen Apple Watch Anwendern gewohnt ist. Bei all den Apple Watch Anwendern, die ich über all die Jahre jetzt schon gesammelt habe, könnte man sagen, ist mir durch und durch immer eine hohe Qualität und eine lange Haltbarkeit aufgefallen. Das heißt, die Preise von diesen Armbändern sind zwar deutlich höher als von diversen Drittanbietern, aber man bekommt zumindest auch eine wirklich hohe Qualität, die man sich mindestens für den Preis erwartet. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass sich das Armband mit einem etwas größeren Kraftaufwand so dehnen bzw. auseinanderziehen lässt. Ich finde, das ist gerade so noch angenehm möglich und auf der anderen Seite sitzt es dann aber auch wirklich gut. Es geht in seinen Ursprungszustand sozusagen zurück und bleibt dann auch beim normalen Tragen immer in diesem Zustand. Letztendlich bin ich ja der Meinung, dass man mit diesem Armband einen sehr angenehmen Tragekomfort hat. Für mich persönlich ist es tatsächlich das angenehmste Apple Watch Armband, das ich bisher im Alltag benutzt habe. Dadurch, dass wir unten keinen Verschluss haben und das Armband auch eher weich ist, ist es auch angenehm, wenn ich so mit dem Handgelenk auf einem Tisch aufliege. Und es ist insgesamt leicht und unauffällig und lässt sich dann natürlich auch sehr leicht abnehmen und wieder anlegen. Davor habe ich im normalen Alltag das Sportarmband benutzt, das ja unten doch etwas dicker wird durch diesen Verschluss. Das ist nicht das gleiche wie dieses geflochtene Solo Loop, auch wenn das für mich angenehm war. Und wenn ich dann der Apple Watch doch eine edlere Optik verleihen möchte, habe ich immer ein Lederarmband. Oder mein persönliches Lieblingsarmband benutzt, nämlich das Milanese Armband, das ihr gleich sehen werdet. Die benutze ich dann, wenn ich der Apple Watch eben eine edlere Optik verleihen möchte. Das Milanese Armband ist immer noch mein Lieblingsarmband von allen Apple Watch Armbändern, aber das geflochtene Solo Loop, wie schon gesagt, ist so unter den Armbändern, die ich so gerne im Alltag trage, meine klare Nummer 1. An das würde höchstens noch das Sportloop näher herankommen, was den Tragekomfort angeht. Das finde ich nämlich auch sehr angenehm. Das geflochtene Solo Loop ist für mich einfach eine schöne Kombination aus sportlich, aber auch elegant und einem eben sehr angenehmen Tragekomfort. Weswegen es eben, wie schon gesagt, für den Alltag mein Lieblings Apple Watch Armband geworden ist. Und wie ich vorhin erwähnt habe, können natürlich diejenigen unter euch, die einen Solo Loop besitzen, gerne ihre Erfahrung in den Kommentaren teilen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht auch bei einer Entscheidung helfen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Und ihr könnt mich auch sehr gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.